So Jungs, weiter geht's, heute mit Wreckfest Und mal schauen, was wir heute so anstehen Äh Ah ja Jetzt sind wir da turnieren, ne? Aber wir haben das letzte Turnier, komm, da fahren wir heute noch das Turnier Am Schluss der Woche 6 Rennen Und heute wollen wir das hier nach Hause fahren So, dauert, kleinen Moment, oh, bitte schon mal Perfekt Los Gehen wir rein In den Lauf So, erster Linie geht's heute wieder da Um ein bisschen zu gerinnen, nachdem wir da Jetzt noch 8 Rennen Hau doch mal ab von mir hin, ich hab gewollt Du gehst mir nicht grad ein bisschen auf den Pace, Alter Ja, fahr vorbei Ist okay, danke Ja, erster Linie mal einen guten Eindruck zu machen Ein bisschen weiter mit einem guten Auftakt zu holen Boah, da war's den Abfall Ich will mein Freund da vorne haben Der mit dem komischen Volvo da Hau ab jetzt noch nicht, wir locken aber nur noch fahren In meiner Kellerbie Zack, 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 das geht gerade nur noch auf Pulverfresser Du kommst hier gar nicht durch Soweit du irgendwie da einbremst Machen wir nicht da zwei Mann in die nächste Wand rein Bis wir ja gar keine Chance, dass wir das machen Na, da bin ich wieder dran an der Nähe Da vorne Ich hab das vier Ich hab das Ding mal nach vorne zu fahren, den drück ich mal kurz in den Ball Aber da kommt so die nächste direkt dicker her und Drei Haben sie nur drei Runden? Wir sind ja nicht heute sechs Runden, sondern drei Aber dieses Turnier wird auch als vorder Sechs Runden sind die Zieger Ne, warte mal Aha Ich hab die Kurve nicht gesehen, ich fahr zu spät Boah, meine Güte, Alter Ja, ist ja gut Dann bin ich halt letztes Mal Wenn ich halt nur mit den Feldern Keinerweise Führende ist jetzt ein bisschen raus Abgekommt, mitkommt Och, geh mir Ja, hau doch mal ab Gehen wir, wie man mit woanders steht Diablo gerät das erste Rennen Wir sind dritter noch geworden So gerade, aber wie gesagt Das ging auch heute einfach So kann man auch So startet man schlecht in den Turnier rein Na gut, egal, alles gut Alles ist gut Wir haben noch ein bisschen Zeit Also Diablo haben wir auf jeden Fall schon mal Wir sind momentan nur dritter 100 Punkte gibt es uns für den Sieg Also hier haben wir mal die Tabellen Wie es momentan aussieht Ich mein, selbst dann noch Es gibt immer noch Punkte Außer wenn man rausfliegt Also Diablo vorne weg Dann haben wir schon den zwei Patienten Also wir müssen ein bisschen was machen Mars Nächsten Motorcenter Hauptstrecke Bangerways Also es sind momentan echt nur diese Zerstörungsrennen Naja, alles gut So, gehen wir rein in den Lauf So, gehen wir rein in den Lauf Also, wir haben heute das Rennen gewonnen Das ist klar, der wird auf jeden Fall Haut doch mal ab jetzt Sucht euch doch mal ein anderes Opfer Und nicht nur nur mich Donnercamp ist eben zweiter geworden Das ist sowieso eine Böge 3 wird aber jetzt zurückgereicht auf 3 Wollen wir uns weiter Slam Master Ja, ich glaub den hat's aber auch schön Ja, den hat's auf jeden Fall in die Wand gedrückt Den Slam Master Wecke Slamm den Jungen aber Nicht mein Thema Er hat's auch ganz Ja, das ist Also, wir sind befürchtet Ich würde ein Rennen ja verloren gewinnen heute Wir haben ein Rennen jetzt gerade einfach Also, wir gehen jetzt vielleicht in die letzte Runde Wir führen momentan auch mal ein Rennen an Das ist ganz 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 verpflichtig Das heißt, wir könnten sogar tatsächlich mit dem Sieg Die Spitze übernehmen Anzahl der Runden im Führung 1 und 2 Erkennt, bei dem wir nach Hause fahren Dann sind wir da Aber die Aufgabe gelöst Ich bin noch nicht so der Fan gerade Von dieser Bundesherausforderung Also, ich war die neben Weil Aber nicht auf Winkel Ja, manche rennen Ja, manchmal mag ich die Ich hab die bei dem Schulwurstding gemacht Mit die Slamm mit den Slammlands Weißt du? Äh, da hab ich das gemacht Da hab ich gesagt, rum nehmen die Außen die alle Welt und die Welt der Achtzug Ich hab die dritter oder vierten Laufers geholt So, da gibt man auf der Straße Der Metal Screamer hat sich verabschiedet Warum würde ich sich zurücksetzen? Es wär wurscht Na, wir führen Wir haben die Aufgabe erstmal gelöst Wichtig ist, dass diese Bonus-Ausforderung geschafft ist In diesem Ding Klar gibt's noch mal extra Punkte So Gibt genug Power jetzt gerade für das Auto Ich weiß gar nicht, wenn die noch weiter fahren dürften Dann würde ich den jetzt anbietet aufbauen Ich hätte ja genug Also jetzt genug Credits hab ich jetzt ja Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt aufbauen würde Abkürz Wir haben doch nicht alle Level frei Ich guck jetzt grad mal, ob ich die ein bisschen hochziehen kann Und jetzt Ich guck jetzt grad mal, dass ich die nochmal aufgebaut bekomme Die Karre Ich guck jetzt grad mal, dass ich die nochmal aufgebaut bekomme C zurückfallen Mit dem Ding Naja Komm, so einen Scheiß brauche ich nicht So Gehen wir rein in den nächsten Tag Bisschen bisschen Kohle aufbauen So Los geht's Ein bisschen mehr Robustheit hat er jetzt drin Klar, wir haben jetzt eine Geschwindigkeit eingebüßt Aber er hat uns jetzt noch ein bisschen Robustheit mit reingehauen So Na dann, los geht's So, auch hier wollen wir natürlich wieder gehen Klar Und jetzt lauf Nummer 3 schon Danach haben wir kein Turnier mehr Gott sei Dank Das sind die der Sitzel Turnier, die Aufgabe ist ja schon Die Sitzel ist ja schon, hab ich, äh, geschafft Dieser Modus ist ja schon geschafft Aber ich fahr die halt komplett Weil ich Bock drauf hab Kommt an der Kette Du hast ihn schon Bisschen geigert Ja, die haben halt gegen er oder sie Ich guck mal, sie wird sie sein Macht da schon ein bisschen mehr Dreh Hier sind wir jetzt in Runde Nummer 2 mittlerweile schon Also es sind eh nur 3 Die ist so lange Folge wie jetzt beim letzten Mal Also die Gäste haben wir dann heute noch ein bisschen was kürzer werden Sind es 6 Rennen, A 3 Runden und nicht Ja, 5 Rennen, A 3 Runden und wahrscheinlich das Finale mit 6 Äh, aber jetzt haben wir jetzt ja 8 Rennen mit A 6 Runden komplett So, letzte Runde So, letzte Runde Und dann führen wir Danke mir Ich musste grad ein bisschen gucken wie in der Strecke So, und jetzt feiern wir hier da irgendwann so einen Sieg In diesem Lauf Sehr gut Das Auto ist ja komplett aufgebaut was die Power betrifft Das ging ja jetzt, das hat nur langsamer geworden wieder Weil ich halt genug wieder Möglichkeiten habe mich zu verteidigen So, fahre die beste Runde Das ist jetzt die nächste Aufgabe Rosenheim und West Bay Wahrscheinlich in Deutschland, oder? Bayern die Das geht's Lauf Nummer 4 Ich möchte, ich muss dann nochmal durch meine Leute, ne? Boah, Alter Ja, die haben grade echt ein bisschen Probleme genutzt Die wollen mich grade so ein bisschen aus dem Rennen nehmen Ich bin da mal so frei und, äh, bremse mich da mal rein und lassen Und endlich da mal durch grade Alter Hau ab von mir Du hast es aber grade heute, verschwinde mal jetzt um mir Not mal, aber Ja, ja, ja Ich bin da mal, aber In der Gefahr Hei Der Klar willst du jetzt geringen, ihr Kollege. Ich krieg's aber gerade nicht hin, weil immer noch einer mit vorbeidrücken wird. Das war einfach mal für uns. Jetzt muss ich auch natürlich den Weg geradeaus nehmen. Der eine drückt mich, du bist zur Seite und der andere, du bist zur Seite. Haut doch mal, haut ab von mir jetzt, haut ab. Gott sei Dank, du hast das Rennen noch gewonnen. So, dieses Ding haben wir auch noch mit nach Hause genommen. Ja, das ist eine Runde schafft man nicht. Schade, das ist super, war ein bisschen schneller als hier. So, ich hab jetzt haben wir noch zwei Läufe, glaube ich. Ein oder zwei Läufe. Ja, zwei. Fireboard Motor Center ist das nächste. Und dann haben wir noch ein oder zwei Rennen und dann ist das Thema auch irgendwann durch. Ja, wie gesagt, dann haben wir einen sehr, sehr langen Tag gehabt, was das betrifft mit dem Aufnehmen. Also nicht nur Aufnehmen, sondern... Naja. Los geht's. so also wieder klar auf jeder drei runden jetzt haben sie mich alle ganz 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 doll lieb jetzt haben sie mich alle ganz 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 doll lieb hier also nur die versuchen gerade mich rauszudrücken und rauszuquesten gerade nur die sie selber arbeiten zusammen damit sie mich raus haben aber das bisher konnte ich nie werden jetzt runde ein bisschen arbeit krägert bei uns gerade so letzte runde gleich dann haben wir noch ein lauf das wird auch das ist aber das ist ein turnier überhaupt dieser station hier wie auch immer 5 sekunden vorsprung das sollte jetzt eigentlich so reich zu sagen dass passiert jetzt noch irgendwas dramatisch letzte kurve passt sieg bis auch nur die erste glaube ich war dritter gewonnen sind damals ein bisschen verkackt aber jetzt haben wir die schnellste runde mal gefahren so eine reine haben wir noch ne ich glaube in der nächsten folge machen wir noch so zwei quäschdinger so klasse ich glaube das ding haben wir gewonnen ja aber sowas waren so letzter lauf kommen jetzt haben wir noch mal wie viele runden seit drei sehr gut komm den waren wir noch nach hause dann sind wir durch keine sechs sondern drei runden nur so 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 So, letzter Lauf, komm, dann haben wir es geschafft. Und hier möchte ich natürlich auch wieder gewinnen, das ist ganz klar, aber es wäre jetzt nicht tragisch, wenn es sich passieren würde, je nachdem wie der Lauf läuft und der schießt sich gerade mal komplett raus, wie haben wir denn überhaupt insgesamt, ah, wenn er das in der Position, in der Sonne Position hat. Okay, also es ist die politische Herausforderung, um das Ding nach Hause zu fahren. Ah, guck mal, mein Best Friend ist wieder da, der Slammer Star, der... Ja, da fernst du dich auch noch, ich möchte, Kollege. Es ist aber auch jedenfalls der hier, die andere Wünfte, jedenfalls... Jetzt habe ich dich noch mitgenommen. Ab in den Bau mit dir, mein Freund. Aber dafür kam einer von hinten und sagte, haha, ich nehme dich auch noch mit, der Freund. Kriegt euch mal da, oder? Ja, danke, danke. Also jetzt noch ganz schön bei mir. So. Ja, da gab es auf jeden Fall erstmal... Na, da, da! Geht doch auch noch nehmen wir das Rennen mit nach Hause. Ich will dieses Ding, dass wir nach Hause fahren. Zwei Runden noch. Wir sind im finalen Lauf dieses Turniers hier. Ja. Gewonnen haben wir es auf jeden Fall schon. Ähm, mit dem Vorsprung von 140 Punkten. Und jetzt 400 ziemlich platt. Ja, ist egal. Wir haben es gewonnen. Genau. Crashed euch mal da vorne raus. Haut euch mal die Wand. Das war nämlich... Ähm... Das waren jetzt... Ideale war es nicht. War der andere Kollege, oder? Ja, der hatte ich heute gern, ne? Den hätte ich gern noch mit dem rausgenockt. Der hat das erste Rennen... Ähm... Gewonnen halt. Noch. Da sind wir ja auch noch wieder gewonnen. Ja. Ach, geh mir denn auf. Dieser verdammt scheiß Wollbo, Alter. Du gehst mir... Langsam nervst du mich, wenn du mir gerade mal... Ob du das Rennen kustest. Ja, hau doch ab jetzt endlich, Mann! Das war jetzt Absicht, ne? Der will jetzt auch gerade nur an dem... Jawohl, jetzt hat er sich weggewählt. Jetzt ist er raus. Meine Fresse, endlich. Ha, ha, ha. Nicht nur ich, ey. Äh... Nicht nur ich bin jetzt quasi ein Opfer geworden. Jetzt hat er sich selber da rausgehauen. Wir sind jetzt in der letzten Runde für heute. Ja, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ich bin jetzt orange. Ich werde da noch影片 kennen. Meising die Lunde. Ich hab mir so hoch geh aurait... durch dieses rennen nach hause ziehen dieses dinge noch mal erfahren ich will eigentlich alle haben immer gewinnen das ist klar ich bin so ein schlechter verlierer das ist unglaublich wenn es dann für mich in meinen augen richten zugeht wenn das rennen eigentlich gerade vorne für ist und dann einfach am letzten weggekurscht ist oder so nervt so war es einfach so aber hier ist alles rechten zugegangen und wir haben es gewonnen also 13 da geworden mit seinem hammerhead wir haben sieben sekunden ja wir haben absolut schnell zur runde gefahren dann haben wir es habe ich ne ich glaube dann haben wir es geschafft ja aber auch nur zwei verdächtiger ja alles gut wir haben so geschafft ja gut damit ich sage mama feierabend heute wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann geht es heute mal wieder ein bisschen mit demolition weiter bis dahin und tschüss